Im Süden bereitet sich der FC Liverpool auf den FC Bayern vor. Am Montagnachmittag um 14. 26 Uhr Ortszeit traf Detros um Trainer Jürgen Klopp und Superstar Mo Salah in zwei schwarzen Bussen um John Lennon Airport in Liverpool ein. Von dort flog das Team nach Marbella. Fünf Tage wird sich die Elf von Jürgen Klopp nun im Kurztrainingslager an der Costa del Sol auf die Münchner vorbereiten. Am Dienstag der nächsten Woche steigt dann der Händspielkracher im Achtelfinale der Champions League, Champions League, FC Liverpool, FC Bayern München ab 21 Uhr im Leifticke, an der Enfield-Rot. Anzeige meist gelesener Artikel 1 Fußball-Bondesliga-Rotie findet bei S04 nicht statt. Zwei Fußball der FB-Pokal glückslos für Bayern im Pokal 3 Fußball-Transfermarkt-Transfertiger. Bei diesem Klub könnte Bürki schwach werden. Vier Fußball-Bondesliga-Assau verdoppelte Altentup-Gehalt von Fußball-Bondesliga-Kovacs-Faul-Appell an Bayern-Stars vor dem Abflug. Und dann ließ Klopp sein Team noch einmal trainieren. Shaqiri vor Rückkehr ins Team nach Sport1-Informationen reist auch Jordan Shaqiri mit in die sonnige Küstenstadt. Im Ligaspiel am vergangenen Samstag gegen Bonnemis, 3 zu 0, hatte der Ex-Münchner wegen Problemen an der Bauchmuskulatur gefehlt. Insgesamt hat der FC Liverpool neun Tage Pause, um sich auf den Hit in der Königsklasse vorzubereiten. Grund, am kommenden Wochenende steigt in England die fünfte Runde des Fahrcups. Die Klopp-F ist Anfang Januar bereits in Runde 3 ausgeschieden. Jürgen Klopp, L., wirkte am Flughafen in Liverpool angespannt, Copyright-Symbol, Florian Plettenberg der Sohn gratis testen und das Champions League-Top-Spiel Tottenham, Dortmund mit Experte per Mertes Acker live und auf Abruf erleben. Anzeige Bayern muss in Augsburg ran für die Bayern hingegen steht am Freitagabend noch das Auswärtsspiel beim FC Augsburg, Bundesliga, FC Augsburg, FC Bayern ab 20. 30 Uhr im Live-Ticker, an. Ein Vorteil für Liverpool? Zumindest scheint der Sonnentrip kein schlechtes Omen zu sein. Bereits in der Vorsaison war Klopp mit seiner Mannschaft nach Marbella gereist, um sich auf die heiße Phase in der Königsklasse vorzubereiten. Mit Erfolg! Liverpool schaffte es bis ins Finale, scheiterte erst dann mit 1 zu 3 gegen Real Madrid. Beside uns bis ins Finale, scheiterte erst dann mit 1,3 gegen Real Madrid. Was ist das denn? Was war krank? Vielen Dank.